Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik. Und nachdem ich gestern ja nicht so ganz überzeugt war vom Zaubereiministerium, geht's jetzt besser weiter. Einmal mit guten Minifiguren, das deckt sich mit dem von gestern. Aber auch der Rest des Sets, wenn auch weiterhin leider in hohen Preisregionen, ist, wie ich finde, deutlich interessanter. Auch wenn wir jetzt hier nichts wirklich komplett Neues haben. Also eine heulende Hütte hatten wir schon. Die peitschende Weide hatten wir sogar jetzt schon seit dem Reboot. Aber das ist schon ein bisschen her mit der letzten heulenden Hütte. 2004 war das nämlich der Fall. Und die Kombi hatten wir auch noch nicht. Wobei beides eigentlich ganz gut zusammenpasst. Weil bei der peitschenden Weide war der Eingang zum Tunnel, mit dem man dann zur heulenden Hütte kam. Und wir sehen hier schon mal Aufkleber. Wir sehen 777 Teile für knapp 90 Euro. Teilepreis von 11,58 Cent. Straßenpreis allerdings schon so bei der 72 Euro. Vorbestellerpreis ab 1.06. wird das Ganze dann erschienen sein. Und ich habe es vorab von Lego als Rezensionsexemplar bekommen. Die Minifigurenriege passt auch sehr schön dazu. Was hier in der heulenden Hütte passiert ist. Da ist ja relativ viel aufgedeckt worden. Beziehungsweise man erkannte, wer denn so hinter wem steckt. Während wir jetzt hier, klar, die Hütte links, rechts, die peitschende Weide und dazwischen ein bisschen Verwandlungszauber. Dann haben wir erstmal alles dreckig. Ja, weil sie ja da auch durch die peitschende Weide müssen. Das ist modern. Deswegen ist ja auch der ein oder andere Fleck beim guten Harry dann gut auf seinem Pullover zu erkennen. Da hat er auch noch die etwas kürzeren Beine. Obwohl wir uns hier ja beim Gefangenen von Askarban, glaube ich, auch befinden. Ja, aber da sehen wir schön den Dreck. Der ist jetzt im Gesicht nicht. Da ist nur seine Narbe. Aber gut, dreckig ist auch Hermine äußerlich. Also sehen wir hier auch da einige Flecken. Finde ich cool. Also passt natürlich ganz gut dazu. Da ist die da nicht klinisch sauber durch das Ganze. Und auch die in diesem Fall übrigens, sagen wir ja, nicht vorhandenen Kanäle, also den Tunnel, dann durchkommen. Das kann man sich vielleicht auch denken. Hier haben wir dann Ron. Ron hat es noch relativ sauber geschafft, finde ich. Also da ist vorne jetzt nicht so viel fleckig. Gucken wir mal hinten. Er lächelt fröhlich, so vor sich hin. Gucken wir mal. Was gibt es so? Ist da was Fleckiges? Oder hat da Clementine schon zugeschlagen? Ja. Nö. Der ist so durch. Das sieht doch schon mal gut aus. Darf aber trotzdem ein bisschen miesepetrig reingucken. Ist auch okay. Schließlich ist Kretze ja dann auch irgendwie nicht mehr so Kretze, wie man sich das, also er sich das, glaube ich, mal vorgestellt hat. Apropos, ohne zu spoilern, wie komme ich jetzt drauf? Peter Pettigrew. Mensch, hier mit so einem Hasenzahngesicht oder man könnte auch sagen Hamster oder Ratten-Gesicht vielleicht. Naja, also gut, okay. Also ich glaube, alle, die dieses Set jetzt hier und die Geschichte lesen wollen, wissen natürlich, dass er das ist. Das finde ich aber schön. Also hat man schön eigentlich mit dem Gesicht das auch symbolisiert und kriegt man auch gut rüber. Ja, und da ist sie, die Ratte. Da dürfen wir sie dann uns dann auch nochmal im Ganzen ansehen. Ja, gut. Aber die hatten wir natürlich auch schon. Ist eine Ratte aus einem Stück. Ja, genau. Dann kommen wir zu Professor Lupin, der hier auch ein bisschen abgewetzte Kleidung hat. Und für den ist ja auch diese heulende Hütte durchaus mit so gebaut. Naja, also zumindest so präpariert worden, wie sie da jetzt steht. Kommen wir gleich nochmal zu. Wir sehen hier, da ist ein bisschen da schon alles ein bisschen runtergekommen. Und da haben wir schon ein halb verwandeltes Gesicht, weil er wird ja zum Wehrwolf. Und da wollte Dumbledore bekannterweise ja ein bisschen unterstützen, dass das nicht jeder so mitbekommt. Ja, deswegen, das Heulen, das kam eben durch den Wehrwolf. Und da ist er nämlich. Und wie wir sehen, klamottenmäßig, ja klar, da hat man ja bei der Verwandlung einem Anschein nach wenig Zeit, sich umzuziehen. Da gibt es ein paar Ähnlichkeiten. Zumindest farblich ist es schon mal gleich. Ja, die Krawatte ist dann weg. Dafür ist da das beherzte Brusthaar aufgetaucht. Die Beine ein bisschen schief und krumm. Jo, und ansonsten die Flecken da von seinem Hemd sind weg. Macht aber nichts. Farblich zumindest ist es noch das Gleiche. Und bekannterweise ja ist es auch die gleiche Figur. Und schließlich und endlich, wenn wir schon bei denen sind, die sich verwandeln können, haben wir noch den guten Sirius Black. Und wir werden gleich sehen, das, was so ein Animagus ja dann auch auszeichnet, dass da nämlich auch noch ein Tier dahinter steht oder er sich zu einem verwandeln kann. Das ist ja auch der Fall. Während wir hier nochmal seinen Bart sehen und auch hier alles dreckig und zerlummt, was er so drumherum am Oberkörper hat. Der schwarze Hund. Da haben wir ihn. Und das finde ich ganz cool bei dem, wenn wir jetzt von vorne mal gleich gucken, diese stechend gelben Augen. Die leuchten leider nicht. Es leuchtet zwar was in diesem Set, da kommen wir gleich zu. Aber die Augen hier sind es leider nicht. Jo, was wir dann sonst noch haben. Hier diese gesammelten Platten. Das haben wir jetzt ja schon öfter gesehen und gehört von. Ja, und hier gibt es immer gleich vier davon. Also das, ja, das kann man so haben. 16 Überraschungskartenelemente zum Sammeln, nennt es Lego selber. Zweifel hat man sie wahrscheinlich im Zweifel, also größtenteils schon. Wir haben dann hier einen kleinen Zaun zum Eingang. Ja, habe ich jetzt nicht ganz verstanden, warum man den dazu packt. Vielleicht hatten sie noch ein paar Teile über. Kann man das Ganze so ein bisschen dann noch nach außen hin auch größer gestalten, bautechnisch. Aber der Hauptteil ist ja dann Peitschende Weide und eben die Hütte. Und die kann man miteinander verbinden. Wir sehen es hier. Die werden dann einfach mit einer Klammer gehalten. Oder man löst sie und macht dann eben auch den Weg dazwischen ein bisschen breiter. Da haben wir erstmal jetzt die Peitschende Weide. Und die hat eine Drehfunktion, wie wir gleich sehen. In der Mitte, da kann man eine Figur entstellen. Die Figuren kann man aber auch in diese Äste reinklemmen. Also das ist durchaus mit ein bisschen, ja, ein bisschen Übung dann auch möglich. Die gute Hermine darf da also auch, wo man möchte, kann man sie da also einsperren. Ja, sieht so, also wenn sie da steht, sieht es schon so aus, als wenn man sagen könnte, komm Mädel, nun hüpf doch einfach runter. Dann hat sich doch das Ganze erledigt. Ja, aber gut, wenn es ein bisschen dann dreht, da sehen wir es. Da ist ein Knopf, da drehen wir. Einfacher Mechanismus mit Zahnrädern und schon geht sie los, die wilde Fahrt. Immer wieder dabei sein, immer wieder Spaß haben. Da sieht man allerdings auch, was ich bei der Weide so ein bisschen schade finde. Sie ist doch sehr, sehr schief. Also die ist, glaube ich, im Original nicht ganz so schief. Dadurch kommt natürlich so ein bisschen dieser Effekt raus, als wenn sich ihre Äste wirklich rumschlagen würden, weil sie eben so ein bisschen gefühlt hoch und runter gehen. Die schlagen aber nicht. Also beschrieben ist es zwar in dem Text von Lego, in der Pressemitteilung irgendwas von peitschenden Weidenteilen, aber bei mir peitscht nichts. Also da kann man nur drehen und der Rest ist starr da oben. Ja, das gilt nicht für diese Umwandelfunktion, die wir als nächstes hier haben. Da sehen wir es. Da haben wir nämlich den Vollmond da oben. Das Teil da, das ist tatsächlich ein Leuchtelement, beziehungsweise Glow in the Dark. Und hier können wir auf die eine Seite den Wehrwolf stellen und auf die andere Seite Lupin. Und schon, ja, sehen wir es. Hier, Achtung, noch ist es Lupin. Und ja, noch ist alles irgendwie bedeckt oben. Dann Graubu und man dachte oben, Wumms, Vollmond. Und ha, da ist er, der Wehrwolf. Ja, da ist jetzt, also sagen wir mal so, Copperfield würde sich jetzt da nicht direkt für. Also da müsste es dann schon mit dem gleichen Trick vielleicht dann die Freiheitsstatue sein. Aber immerhin, ich finde es für den Spiel, die Spielidee ganz lustig. Und jetzt sehen wir mal, wenn ich das Licht ausmache, dann sehen wir, ob er richtig steht. Na, da erkennen wir schon ein bisschen, ja, ein bisschen Glow in the Dark ist schon. Und jetzt machen wir das Licht mal ganz aus. Und schon, ja, wackelt da also uns da so ein Vollmond durch die Gegend. Finde ich lustig. Also ich mag Glow in the Dark Elemente. Da hätten gern noch mehr drin sein können. Also so ein Haus, das dann auch beleuchtet ist. Ja, bei Monkey Kid hat es ja auch geklappt. Apropos Haus, die heulende Hütte, die bekannterweise von außen nicht betretbar ist, weil man ja nicht wollte, dass Lupin, beziehungsweise wenn er denn dann ein Werwolf ist, dort von den Dorfbewohnern von Hogsmeade irgendwie weiter wahrgenommen wird, außer das Heulen. Deswegen ist hier alles dicht, außer, na ja, die Tür lässt sich dann doch eröffnen. Der Rest ist verrammelt. Und da sehen wir es, die Tür geht also doch auf. Aber ansonsten ist es schön, schön alles in so, so weihnachtliches übertrieben, aber schön alles verschneit. Also das sieht richtig cool aus. Auch so Windschief, also man sah es gerade eben und das sehen wir auch in der Anleitung nachher nochmal, das ist gebaut dadurch, dass da so Rundelemente sind, die man sonst eigentlich auch dafür nimmt, um irgendwas drehen zu lassen, dass die da draufgesetzt sind und damit kriegt man das obere Teil des Hauses so schief auf das untere. Und das, finde ich, wirkt gut und wirklich, wie schön die Fenster alle verbarrikadiert sind und so. Also, finde ich cool. Und passt dann eigentlich auch ideal zum Hogsmeade-Set, was ich, glaube ich, noch nicht hier gezeigt habe. Das wollte ich eigentlich demnächst nochmal, weil einfach stilistisch das gut passt und ist ja auch Hogsmeade. Da sehen wir auch an der Seite mit Aufklebern. Ja, wir sahen es ja am Anfang, Aufkleber sind dabei. Die zeigen dann auch mal so Risse. Und da ist eben der Eingang eigentlich durch den Tunnel, kommt man dann hier, naja, gut, man wollte jetzt nicht von tief rein irgendwie. Von der Seite ist dann dieser Geheimeingang, den man da sieht. Also, das haben sie immer dran gedacht. Auch hier mit Aufklebern leider gearbeitet beim Schornstein an der Seite, der da sich über das gesamte Gebäude hochzieht. Na, da oben sieht man, da zieht es dann auch ein bisschen. Das ist auch nicht so das Schönste, wo man da wahrscheinlich wohnt. Und dann sehen wir, das Innere ist ja auch eher rustikal. Und, ja, war ja auch nicht, also, das ist eher für den Extremsportler, der dann da unterkommt. Da sehen wir nochmal rein. Da ist dann auch nur so eine einfache Lampe. Wir haben dann, ja, immerhin so eine Truhe. Dann sehen wir da hinten noch ein Bild. Einen kleinen Sitz da, so ein Stuhl. Ja, können wir mal gucken. Kann man da was erkennen auf dem Bild? Das ist, ja, so eine Silhouette da. Ja, ich kann es jetzt gerade nicht genauso zusortieren. Ob das auch irgendwas aus der Gegend dort ist? Ja, gerne dazu schreiben, wenn man es weiß. Ähm, ja, also, finde ich schön. Also, im Original ist da, glaube ich, auch alles irgendwie noch mit viel Staub bedeckt. Das jetzt legotechnisch hinzubekommen ist, glaube ich, schwierig. Da sehen wir noch einen Krug, der da drin ist und einen von diesen Schokoladenfröschen, die sich hier drin befinden. Ja, oder es ist was anderes, was ich jetzt gerade nicht identifizieren kann. Nee, aber es sieht zumindest alles schön ein bisschen runtergekommen aus. Oben sehen wir auch da diese Schlafzimmer, das, glaube ich, auch im Film mal vorkommt, was, wo dann da auch kein echtes Bett ist, sondern da auf dem Boden gelegen wird. Und dann gibt es aber immer ein schönes Klavier. Das finde ich dann wieder ganz lustig. Während da oben auch überall so mit Aufklebern dann das Holz dargestellt ist. Ein Kamin, der da nicht brennend dargestellt ist. Hier dann so eine Karte. Ist das die Karte? Leg das da runter? Aber dann war es in der Wand. Naja, kann ich jetzt gerade nicht so direkt zusortieren. Aber das Klavier, das Klavier finde ich süß. Können wir hier nochmal rausholen. Moment, da habe ich jetzt nur den Oberteil erwischt. Aber da sehen wir, das sollte, glaube ich, so eine Kerze darstellen, was unten ja auch war, die ist weiße. Ja, und dann einfacher Flügel, der jetzt da oben dann, ja, wenn die Nächte als Wehrwolf mal wieder lang werden, dann will man auch mal von der Muse geküsst gewesen sein. Dann darf man das eben auch machen. Ja, noch ein weiteres Bild da oben. Eher düster, das Ganze. Jo, nö. Erstens bringt es mich mal wieder auf die Idee, Gefangenen von Azkaban sehen zu müssen. Das habe ich dann doch schon ein paar Jährchen nicht mehr. Und zum Zweiten, es ist eine schöne Hütte. Also das, nö, nehme ich so hin. Also vielleicht hätte man die Tür noch verbarrikadieren können oder zumindest was davor, was man dann abnimmt oder so. Hier wieder die Anleitung in diesem neuen Weiß, so wie wir es ja da auch haben. Jetzt kann man sich fragen, warum da Lupin und der Wehrwolf beide abgebildet sind. Und, ah, das ist okay. Da ist das eben genau der Moment der Verwandlung vielleicht. Da sehen wir, wie es gebaut wird. Und da sehen wir auch da mit diesen runden Teilen, die das ermöglichen, dass der obere Teil dann so schief auf dem unteren ist. Dass das so schief war, das war aber auch schon bei der Version von 2004. Also das ist jetzt nicht komplett neu. Aber die ist schon noch ein bisschen filigraner geworden. Und es sind ja auch ein paar Teile mehr. Wobei jetzt ja die weitschende Weide natürlich noch dazugekommen ist. Wir sehen, wir haben alles gebaut, so wie es, glaube ich, sein sollte. Und Harry ist am Ende der Reise angekommen unten. Das heißt, das Ganze ist fertig. Hier können wir noch abkleben, was wir denn von diesen Sammeldingern alle haben. Kann man ein Hegchen dran machen. Und da, das habe ich ja beim letzten Video auch schon gezeigt, nochmal komplett Hogwarts, wie man alle Teile dazu tut. Und damit kommen wir zum Fazit. Und mir gefällt es. Also ich finde vor allem die Hütte richtig cool von außen. Innen, klar, es ist alles spärlich, aber das soll ja auch so sein. Diese Umwandelfunktion mit dem Vollmond finde ich eine witzige Idee. Den Baum finde ich zu schief. Also der hängt mir da eigentlich zu, ich kipp gleich ummäßig in der Gegend rum. Auch wenn es vielleicht ein bisschen zumindest dieses Peitschende unterstützen würde. Aber dafür sind die Minifiguren auch wieder klasse. Also gerade auch, weil sie eben alle ihr Tierchen mit dabei haben. Und unsere drei Protagonisten, ja, dass man da noch ein bisschen was vom Sound dabei hat, ist okay. Jo, ja, Preis. Aber mit den Rabatten wird es dann wahrscheinlich doch wieder interessanter. Und Aufkleber sind leider in dieser Preisregion Standard. Muss man deswegen aber nicht toll finden. Jo, das war es. Was haltet ihr denn davon? Ich hoffe, ich habe diesmal nicht noch so Bock geschossen wie gestern mit der Halle der Prophezeiungen. Ja, ansonsten schreibt es gerne in die Kommentare. Besser immer noch mal reingucken. Da gibt es das ein oder andere, die ein oder andere Richtigstellung, bekannterweise. Genau. Jo, ansonsten vielen Dank an Lego für das Rezensionsexemplar. Wir sehen und hören uns dann bald wieder mit dem nächsten Harry Potter Set. Oder wird es noch was anderes sein? Naja, es stehen auf jeden Fall noch fünf weitere Harry Potter Sets aus, die ich hier zeigen werde. Bis bald und tschüss.